Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute meinen Lesemonat Juli mitgebracht. Der war für mich relativ kurz, könnte man sagen, weil ich diesen Monat wirklich in Arbeit ertrunken bin. Aber ich hatte auch einige Bücher dabei, die mir richtig gut gefallen haben. Vor allem hervorzuheben Emily Wilds Atlas der Anderswelten. Ich liebe diese Reihe und ich freue mich so doll, dass ich jetzt endlich Band 2 lesen konnte. Und kann es kaum erwarten, bis Band 3 endlich erscheint. Es waren aber auch noch andere Bücher dabei, die mir echt gut gefallen haben. Aber leider auch einige, die mir nicht gefallen haben und sogar ein Flop war dabei. Okay, ich habe wieder einige Rezensionsexemplare gelesen, aber auch Reihen fortgesetzt. Und eine ist auch dabei, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich die beenden werde. Auf jeden Fall war es ein trotz der Kürze bunter Lesemonat. Und ich bin echt gespannt, wie euer Lesemonat so war. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss! Gäste Effe Gäste Gäste